... auf unsere neuen Songs und auf unsere Aussagekräfte und Texte, die wir da draufgepackt haben. Genauso ist es, wir haben ganz viele Themen besucht und das geht von rockigen Balladen, die eine sehr... Es bleibt ja wie so hot, rockige Balladen, die eine sehr zeitnahe Themen singen, sehr aktuelle, sehr ernste Themen, bis hin zu Songs, die ganz fröhlich sind, die ganz lustig sind und sogar frech, Christian. Ja, natürlich wie zum Beispiel bei Männern und Frauen. Aber die kleinen Unterschiede, wenn man so beginnt, passieren lassen, was sind so die Männer und was machen so die Frauen. Da wünschen wir euch viel Spaß damit bei... Männer und Frauen!